Zuschießen. Alter, ich glaub's nicht. Die können ja gar nichts da oben. Was ist denn das? What the hell? Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Ich sehe es jetzt schon. Na super. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Nicht schon wieder. Wir suchen uns mal eine neue Mucke aus. Und die nächste ist... Mike's. Die habe ich so selten gehört. Bisher noch gar nicht. Glaube ich. Na doch gehört habe ich sie schon mal. Aber sehr sehr selten. Denn dann hören wir uns die jetzt mal an. Mike's Mucke. Vom Heiler. Natürlich ein bisschen ruhiger. Aber dann... Oh, der hakt fest. Wieso hakt der? Ja super. Gell. Oh ja, ich hake mal hier heute fest. Ist ja egal. Alter, was geht denn hier ab? Ey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Ah ja. Nicht, dass es noch Content-Sperrung damit gibt. Wenn ich hier was gesungen habe. Von den Ortsen. Wäre ja sehr schlimm. Auch wenn ich völlig schief und falsch gesungen habe. Aber das ist ja Nebensache. Mann ey, was ist denn hier los? Ich habe hier irgendwie gerade überhaupt gar keine Übersicht. Vielleicht haben wir sie von oben. Nö. Null Übersicht. Naja doch. Wir sind hier. Der Gegner ist da. Aber... Und er übernimmt die Mitte. So viel sehe ich auch. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Nicht schon wieder so eine Runde. Ja, jetzt hängen wir ja fest, oder was? Maaan. Ich spare jetzt erst mal. Kostet es, was es wolle. Naja, fast. Schicken wir drei Bootis nach vorne. Mal gucken, ob sie uns behilflich sein werden. Die Flint hier vorne haben sie fast besiegt. Jetzt treffen sie nicht mehr. Ich glaube es nicht. Komm, trefft! Ja, danke. Oh, die Musik ist aber echt ziemlich ruhig, wenn ich das sagen darf, zu den ganzen anderen Mucken. Ich habe am Anfang definitiv was falsch gemacht. Ich merke das jetzt schon. So. Besiegt sie. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, danke. Jetzt nimmt er mir die Position auch noch weg. Ich weiß momentan nicht mehr, was ich tun soll. Er hat die meisten Positionen übernommen. Äh, es sieht sehr schwarz für uns aus, wenn ich das versagen darf. Na toll. Jetzt auch nicht. Ich verliere die Runde schon wieder. Ach, nööööööö. Ich habe jetzt auch noch ein Flint nach vorne. Ach, da habe ich ihn geschickt. Ich hätte ihn mal lieber nach da schicken sollen. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde hier gerade gnadenlos schon wieder fertig gemacht. Na super. Mann, wer sieht ihn da oben? Mann, 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 Mann. Wie viel hat er? 8 Cubes. Wir haben 12. Ja, toll. Mann, Mann, Mann. Was ist denn hier los? Jetzt holen wir uns den nächsten Rocky. Mal sehen, ob wir die Situation irgendwie noch lösen können. Schön wär's. Ganz ehrlich. Ich habe da sogar noch eine andere Idee. Wie wir da oben das Ganze lösen können. Wir schicken jetzt mal zwei Flints nach vorne, die da oben vielleicht die Reihe mal ein bisschen minimieren können. Aber auch nur vielleicht. Wenn ihr mal bedenkt, dass unser Rocky jetzt schon wieder finito ist, sehe ich da ehrlich gesagt schon wieder, ja, ziemlich dunkel. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Alter, ja, unser Flint wird fertig gemacht hier, super. Ja. Mann. Und der hat fast alle Positionen übernommen. Ich krieg's zu viel. Ich krieg einen echt zu viel. Ja, die ganzen Positionen kann ich nicht mehr nehmen. Was soll ich denn noch machen? Kann ja gar nichts mehr machen. Alter. Krieg ich einen zu viel, ganz ehrlich. Da oben halt. Ja, Rocky. Ja, super. Ja, super. Schick ich da jetzt noch einen Moti hin. Schick ich hier überall Moti's hin, wo die Möcke ist, Alter. Mann. Alter, die Runde ist echt gegessen schon wieder. Die Runde ist gegessen. Ich glaub kaum, dass wir's noch irgendwie schaffen jetzt hier uns noch hochzuarbeiten, sag ich mal so. Ja, ich weiß nicht mal weiter. Habt ihr noch ne Idee? Schade, dass ich... Ah, der Livestream wäre jetzt gut. Reinschreiben schnell. Was kann ich machen? Was kann ich tun? Ja, toll. Er hat alle Positionen. Ja, er hat alle Positionen. Ja, er hat alle Positionen. Gut, nächste Runde wird's besser. Ich hab da ne neue Idee. Wir beginnen die Runde gleich ganz anders. Ey, so wie ihr's noch nie gesehen habt. Ich hab da ne neue Idee. Irgendwie hab ich das Gefühl, das Spiel ist schwerer geworden. Boah, ja, jetzt kommen die ersten durch. Wird aber auch mal Zeit. Ja, ich kann doch irgendwas mal setzen. Alter, jetzt ist mal der ganze Spiel so umgedreht. What the hell? Nein! Kann man von oben noch was sehen? Nein! Nein! Den mag ich jetzt auch auf Beschleunigen. Die Niederlage will ich nicht sehen. Ich kann nicht hingucken. Nein! Alter, schlimm! Na toll! Boom! Game over! Ja, schön. Replay-Level! Maaan! So schwer kann das Level doch gar nicht sein. So, nehmen wir jetzt die hier. Das machen wir voll auf den Harten und werden ihn voll besiegen jetzt. Gnadenlos! Gnadenlos! Ja, schicken wir gleich nen Rocky nach oben. Keinen Bock nochmal aufs Mindy in der Lage. Wohl gegen Moti? Ach du einige Konate. Kann ja was werden. Monee! 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 Monee!